Hallo und Willkommen zurück bei Let's Play Portal 2 Ja, beim nächsten Mal sind wir nicht zufällig weiter, wir konnten ja bewusst nicht so richtig hart überlegen So nochmal, jetzt fahren wir einen Fahrstuhl weiter hoch Unser Freund hat uns verraten, der ist ähm selber König geworden und hat die ganze Hand übernommen Ja, wir müssen jetzt versuchen, glaube ich zumindest Dass unser Freund gestoppt wird Ansonsten hat er für immer noch Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich Vielleicht passiert gar nichts Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus Für die Dauer des nächsten Tests richten wir einen Supraleiter mit voller Kraft auf dich Das ist pure Grundlagenforschung Wozu es gut ist, wissen wir nicht Vielleicht passiert gar nichts Im besten Fall verfügst du hinterher über Superkräfte Im schlimmsten Fall über Tumore, aber die schneiden wir wieder raus Also Also Wenn du dich schneidest und dir auffällt, dass jetzt Benzin in deinen Adern fließt, ist das völlig normal Wir haben dich einem unsichtbaren Laser ausgesetzt, der Blut in Benzin umwandelt Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert Es bedeutet also nur, dass der Laser funktioniert Okay Ähm Respekt Okay Respect Respekt Ja Ja . Ja 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 weiter hier sind wir auf jeden fall aber wo geht es jetzt weiter ich weiß es nicht ich weiß es nicht keine ahnung wie lange in diesem einen spiel und ich finde gerade keine lösung aha ok ja das ist nichts also ja wenn ich eine lösung gefunden habe sage ich bescheid ok ich bin jetzt gerade einfach mal hier die trappen runter ja und ich stelle immer fest wir kriegen die kraft sind gar nicht ja das heißt wir können wir können runter gehen wahrscheinlich geht es oben nicht dann auch ja ich dachte schon ich dachte schon dass wir jetzt wieder uns haben mit 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 Bist du? Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Ich habe die perfekte Lösung! Ja, bis gleich. So, diesmal war ich da irgendwie, aber gut. Ja, also wenn das jetzt wirklich funktionieren sollte, dann gebe ich einen Abklatsch. Achtung, ich komme! Bitte, 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 bitte! Oh! Ja, es hat funktioniert. Ja, finde ich gut. Danke. Das ist toll wie ich nachdenken kann. Danke, das ist toll. Ja. Danke. Ja, das ist toll. Ja, das ist ja schön. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin... Überlegung. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin... Überlegung. Ja. Ich verstehe jetzt die ganzen Ideen zu nutzen. Ja. Es heißt, Wissenschaftler sind wie Zwerge auf den Schultern von Riesen. Nicht so weit. Wir brauchen niemanden, der uns das Händchen hält. Okay. Gut. Dann wäre das auch schon mal geschafft. Das war... ganz schön hart. Muss ich schon sagen, das war jetzt wirklich hart. Ich wusste grad wirklich nicht, was jetzt passiert. Was ich jetzt machen muss. Was, was, was ich. Also. Okay, fangen wir an. Beim ersten Test spielt das sogenannte Rückstoßgel eine große Rolle. Du gehörst übrigens nicht zur Kontrollgruppe. Du kriegst das Gel. Dem letzten armen Teufel haben sie nur blaue Farbe gegeben. Haha. Ja, der hat sich jeden einzelnen Knochen gebrochen. Tragisch. Aber aufschlussreich. Sagen die im Labor. Oh. Nein. Nicht schon wieder Tests. Ich hasse Tests. Was? Kann mir nicht einfach Freunde sein. Und ich mach keine Tests. Und ich mach keine Tests. Hm. 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 Und ich mach keine Tests für die Tests. Okay. Denken wir ein. Ach man Können wir das nicht einfach so machen? Warte mal Oh Hey Hey So jetzt aber sehr schweiß also ich meine natürlich nicht eh weil wir haben jetzt natürlich nicht dieses eine Teil hier dieses viereckige Ding was wir hier drauf stellen könnten ja das ist da oben das ist so schön wie der Schalter wir sind so gewusst gerade ich habe das so gewusst gerade das ist so schön nein Nein! Oh! Da! So! Mit mir ist das ja auch wieder geschafft. Die Jungs im Labor meinen ich sollte die Kontrollgruppe nicht erwähnen. Sie meinen ich sollte diese Nachrichten nicht mehr aufnehmen. Das hat mich auf die Idee gebracht noch mehr davon aufzunehmen. Ich bin hier der Boss und ich kann so viel über Kontrollgruppen reden wie ich will. Ja, definitiv. Ich bin hier der Boss. 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 Das ich überhaupt gar keine Lust mehr habe. Diese Scheiße. Hier. Das ist gerade richtig Mist für die Gast. Oh. Sehr schön, sehr schön gestaltet. Wenn du in der Lobby ohne Bleimunterwäsche auf einem der Klangstühle gesessen hast, dann hast du jetzt welche. Äh. Ich kann ran mit mir nicht reden, weil ich muss... Ich werde sehr nachdenken. Gut. Ich kann das nicht in die Flasen gehen. Ich habe das nicht in die Flasen gehen. Ich bin in die Flasen gehen. Sehr gut. Wo ist er? Dann ähm, weiß ich auch nicht was ich machen Das gibt es nicht Das wäre lange bis hier Was? Wieso? Wieso? Wieso muss das sein? Wieso können wir denn nicht einfach sagen tschüss oder so? Ich hab nämlich überhaupt keine Lust mehr Auf dieses Spielchen Ach man Ich weiß nicht Ich weiß nicht Ja Das war so klar Ich weiß nicht Ich weiß nicht Okay Schade Schade Komm schon Komm Was ist denn? Mensch Das schafft man nicht. Das geht nicht. Wow, wie jetzt? Wie? Gut, das schafft man. Einfach die ganze Zeit rausgehen. Oh, falls du vom Rückstoßgel bespritzt wirst, haben die Jungs im Labor folgenden Rat. Lass dich nicht mit Rückstoßgel bespritzen. Wir wissen noch nicht genau, um welches Element es sich handelt. Aber eines wissen wir. Es ist sehr lebhaft und es mag keine Menschenknochen. Okay. Wieso sagt Emil sowas? Das ist ganz schön verwirrend für mich. Äh, da weiß ich schon mal, was mich erwartet. Oder? Äh, ja, 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 oh. Alle Forschungsbereiche bestehen zum Schutz gegen Ratten aus Asbest. Sag uns Bescheid, wenn du an Atemnot, Hustenreiz oder Herzstillstand leidest. Das gehört dann nicht zum Test. Das kommt vom Asbest. Die Jungs im Labor sagen, eine Asbestvergiftung hat eine Latenzzeit von 44,6 Jahren. Wenn du über 30 bist, kannst du dich also freuen. Im schlimmsten Fall musst du auf ein paar Kegelabende verzichten. Dafür hast du aber der Wissenschaft für die nächsten 300 Jahre wertvolle Erkenntnisse geliefert. Danke dafür. Ja, okay, ähm, ich, war ja so klar. Ich war irgendwie so klar. Ja, ich weiß nicht, was das Ziel gerade ist. Okay. Ich glaube... Wo liegt das Ziel? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, was ich nicht glauben. Es ist nicht so hart, wo ist hier keiner zu mir. So. Oh. 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 Ok. Ok. Na, dein Stil gefällt mir. Du machst dir deine eigenen Regeln, genau wie ich. Die Erbsenzähler meinten, ich kann keine entlassen, nur weil er am Rollstuhl sitzt. Hab's trotzdem getan. Rampen sind teuer. Ok. Komm, komm. Was ist das? Ich kann da wirklich nicht so viel sagen Das ist sehr verwirrend Ich weiß jetzt nicht wer ein Feind, wer ein Freund ist Während auch immer ich gerade im Moment eine Frau Also ich weiß jetzt nicht Das ist sehr kompliziert Wer ist mein Freund? Wer ist mein Feind? Ich hab keine Ahnung Ich hab wirklich überhaupt keine Ahnung Ich hab keine Ahnung Okay, da seid ich nicht runter Definitiv Ich habe keine Ahnung Ich habe nichts Sooo... Woah! Es ist nicht der... Das ist nicht dein Ernst... Ich wurde... Ja... Interessant... Das ist nicht der... Das ist nicht der... Ich darf nicht weiter... Okay... So, so... So... Und... So... Ähm... Ja... Ich weiß nur nicht... Was... Was... Weil er gesagt... Wieso... Ich das hier machen muss... Peral... Weil... Weil ich nicht weiß... Wohin... Oh... Wurde... Irgendwie angespürzt... Ich weiß es nicht... Ich weiß es... Wortwürflich... Doch... Ich weiß es... Ich weiß es... Und zwar... Mein Plan ist... Ich springe da runter... Ich springe... Ich springe dann hier ab... Dann lande ich los... Wohin... Ich springe... Der Kabel von vorhin enthielt übrigens fluoreszierendes Calcium, damit wir die Nervenaktivität in deinem Gehirn verfolgen können. In wenigen Fällen kann der Stirnlappen durch das Calcium versteinern. Aber versuch nicht dir den Vorgang bildhaft vorzustellen, denn Angstreaktionen beschleunigen den Vorgang nur noch. Das... Ähm... War jetzt irgendwie grad nicht so geplant... Aber gut... Wie sind wir in dieses ist weitergekommen? Ja... Das ist schon ein bisschen hart... Da muss man die ganze Zeit überlegen... Und... Ich weiß nicht wie viel los ist... Warte mal... Heu, heu, heu... Uh... Dreift Viertel 1... Wenn du zur Kontrollgruppe Kepler 7 gehörst, haben wir einen winzigen Mikrochip der Größe einer Postkarte in deinen Schädel implantiert. Wenn der beim nächsten Test anfängt zu piepsen und zu vibrieren, dann sag uns Bescheid. Denn dann wird er sich auf etwa 500 Grad erhitzen und wir müssen ihn so schnell wie möglich wieder aus dir raus operieren. Ungeheu, was ihr nicht... Aber... Hört, werde ich mit Mut machst du mit Mut? Mütig geil aber... Wut nicht länger... Ah, ne... Ss... Was ist das? Die K-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A ein schnelles spiel du hast mir sehr viel Mut gemacht ganz ruhig bleiben sage ich denen immer zum nächsten Test gehört eine kleine Zeitreise darum folgender Tipp wenn du deinem eigenen Ich begegnest schau ihm nicht in die Augen im Labor sagen sie das könnte zur Auslöschung der Zeit führen komplett kein Vor und kein Zurück mehr also tut euch beide den Gefallen und lasst den Jungen einfach seine Arbeit machen äh Ok Ich würde sagen, wir erfahren bei der nächsten Folge, wer mein Ich ist. Obwohl, da bin ich in die Augen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Mal gucken, wie es läuft. Und tschüss.